Dass die Bürger besser leben, das will eine Koordination rurale, sind die Gäste, die von ehemaligen Bürgern der FDSÖ gegründet werden, weil sie nicht mehr in Verstand waren. Von Paul Fritsch soll der Mensch im Zentrum stehen. Der Kubial ist krass. Die Zuckeröwe ist nicht gut, die Alsacele ist nicht gut. Die Bürger wird benutzt, damit der ganze Apparat nicht reiht. Und das hat man am besten gesagt mit der Kubial. Das müssen wir noch alles wissen. Und heute sehen wir es mit den Alsacele. Der Bürger wird alles benutzt für das System 3. Und wir wollen, dass der Bürger im Mittelstand steht und dass das System schafft, das den Bürger zu leben.